Herzlich Willkommen auf Franchise Direct. Wir sprechen heute mit Herrn Hess vom Franchise-System CleanSkin. Hallo Herr Schweden. Guten Tag. Woher kommt denn die Idee für Ihr Franchise-Konzept? Letztendlich ist die Idee aus eigener Affinität entstanden. Wir haben uns selber entharen lassen, damals in einem Studio, und haben uns dann intensiv mit dem Thema beschäftigt, haben gesehen, was ein Markt dahinter steckt für die Zukunft, was für Renditeerwartungen zu erwarten sind, haben dann sehr, sehr viel Arbeit und Energie reingesteckt und haben gesagt, wir werden in dem Bereich investieren und ein Konzept auf die Beine stellen. Was macht Ihr System denn für Existenzgründer besonders attraktiv? Wir bieten sehr, sehr viel Support bis zur Eröffnung, sprich Standortanalyse. Wir beschäftigen uns bei der Akquise der Mitarbeiterin, bei der Akquise der Immobilie, sind wir sehr, sehr stark vor Ort und unterstützen unseren potenziellen Partner. Drüber hinaus, gemeinsame Werbeaktionen, regelmäßige Schulungen, Coachings, Trainings werden abgebildet. Netzwerktreffen, also Unterstützung bekommt der Partner. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hess. Vielen Dank für die Einladung, Herr Schill. Dankeschön. Und wenn wir mit diesen Informationen Ihr Interesse an einer Franchise-Lizenz von CleanSkin geweckt haben, füllen Sie bitte einfach das Anfrageformular auf dem Profil aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.